Geh bitte was schönes zu sagen mit dem Spreehofer. So schnell könnt ihr gerne schauen, schon ist es weg. Aus die Maus. Prater, holt sich. Hat sich das Hirn vernebelt? Aber nein, jetzt jammert's. Mediasprreeversenken.org. Aber mich versenkt's nicht. Ich komm angeflogen mit meinem Helion. Wisst ihr, wo ich landen werde? Genau da. Und wenn da noch der vollgeschmiede Sichtschutz da hinten verschwindet, da kann ich mich gleich selber hinstellen. Mit einem Feldstift. Schaut da viel besser aus ohne. Und eins noch. Die Gentrifizierung an sich ist ja gute Chancen für alle. Was heißt ja, die Mieten sind teuer. Man muss das positiv sehen, ja. Wenn da so eine Familie Richtung Stadttransformer auswandert, ist es ja eigentlich nichts Schlechtes. Können die Kinder im Wald spielen? Ich zahl keine Miete. Ich hab Eigentum. Ah! Yeah! Wie ist das toll? Wie ist das toll?